Ah, okay, jetzt geht's rund. Ah, jetzt startet das Spiel. Irgendwie geht's dann doch immer. Nee. Aber meistens muss erst mal ein paar Probleme... ...Panik bei Minecraft. Oh. Na komm. Es war Panik-Stimmen. Das war aber auch bitter. Mit der Vollversion und was das war. So, hast du schon deine Klasse ausgewählt? Krieger? Nö. Ah, jetzt kann ich wählen. Okay. Äh, was nehmen wir denn? Ich hab einen Jäger genommen. Oder Jägerin, besser gesagt. Kannst du dir aussuchen. Ich bin auch noch selber am Probieren. Man hat halt so verschiedene Skills. mit F3 und 4. Wobei F immer der feste ist. Und 3 und 4, die kannst du auch... Oh. Oh, wieso bin ich denn ein Kerl? Dafür bin ich eine Frau. Passt doch. Oh nein. Ich mag das nicht, wenn ich immer Männer spielen muss. Ach. Du springst noch nicht ab, oder? Nö. Ich warte auf dein Kommando. So muss das sein. Wir springen mal über den Jadegärten ab. Drück mal Tab. Ah, okay. Okay, ich sag das Kommando. Und jetzt. Okay. Ist er abgesprungen? Ja. Okay, du siehst ja dieses dicke blaue Haus da hinten, ne? Aber siehst du mich? Siehst du meine Spur? Das müsste eine blaue Spur sein. Ach ja. Okay, dann komm mal hinter mir her. Okay, ich bin... Ich bin doch... Ah, da hinten bist du ja. Na ja, okay, gut. Okay. Ich seh dich aber. Ah, okay. Das ist ein Marker, ist einfacher. Ich wusste nicht, dass das geht. Oh, nein. Wie geht denn das jetzt? So. Aha. Okay, ich komm jetzt einfach mal zu dir gedonnert. Und hoffe, dass ich in der Zeit nicht sterbe. Ja. Oh, man hat schon mal auf mich geschossen. Ich hab nicht mal... Wer schießt denn da? Guck mal, hier bin ich. Wieso hab ich ein Kind der Waffe? Ich hab was dir hier. Weil du die erst looten musst. Ja, ja. Du musst die erst looten. Ah, so, okay. Du musst in diese Häuser gehen, die Truhen öffnen, dann die Waffen looten, die da drin sind. Okay. So, und wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, kennst du PUBG oder Fortnite? Ja. Also hier wird die Zone auch immer kleiner und wir müssen halt immer weiter in den Mittelpunkt rein. So, guck mal, das sind so Truhen. Die kannst du jetzt öffnen und dann dir den Krempel dann nehmen. Mhm. Jetzt. An der Schmiede, du kannst auch später mit X die Dinger zerlegen, Items, die du nicht brauchst. Und an der Schmiede kann man dann sich selber wieder Rüstung bauen und sowas. Aber mach das nicht einfach so, weil wenn du schmiedest, sehen das die Gegner. Aha, okay. Und mit Z kannst du dich auf dein Pferd schwingen. Boah. Und Galopp. Jawohl. Ja, von wegen 74, ne? Wir sind jetzt schon 62. Ja, hier geht's ab. Mit uns geht's ab, ab, ab. Unterstellungen. Shit. Gintronic hatte Kirby gefragt, wie's läuft, und da sagte er nur 74. Boah. Weißt du das? Möchte. Oh. Da ist noch eine Waffe da, genau. Ah, okay. So, und du kannst zwei Waffen tragen. Kannst du das gebrauchen da, die Handschuhe, oder hast du schon welche? Ich hab welche. Kannst du nicht. Dann kann man die so mit X zerlegen. Oh, das ist eine grüne Waffe, die ist, die müsste besser sein, also die sind besser als die grauen, auf jeden Fall. Willst du die nehmen? Wenn du graue hast, kannst du... Ich kann die nehmen, ja. Ah. Egal, wir gehen erstmal weiter oben gucken. Hier ist unerwartet, da kannst du auch mal reinluren. Na, okay. Sonst ist hier aber nichts. Dann, ich glaub, wir können auch so runterspringen. Na dann. So, wir sind schon Platz 45. Immerhin. Ich weiß gar nicht. Ach, dort steht das. Okay. Ich hab das gesucht, wo es steht. Ach so. So, und elf Sekunden wird die Zone enger. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh, weh. Lauf, lauf, lauf. Ja. Go, go, go. Das sind 40 schon, mein Gott, das raddert hier bei uns. Weil wir noch nichts gemacht haben. Okay, die Häuser lassen wir mal. Was sieht denn da eigentlich irgendwas mit dem Fock? Das ist ja nichts. So, jetzt sind wir, glaub ich, safe. Was ist da? Jetzt könnten wir hier wieder ein bisschen rumgucken zum Looten. Wenn man ja abgeknallt wäre. Oh, denn da sind welche. Ah ja, okay. Vorsicht. Schießt du? Ja, Tony. Nee, ich versuch dir eigentlich eher, mich zu verstecken. Aber Munition müssen wir auch hier sammeln, ne? Äh, nee, Munition brauchst du, glaub ich, nicht sammeln. Du musst halt nur nachladen. Sorry fürs Rascheln. Das tut gut, am Kopfhörer. Nur nachladen. Aber Muni hast du, glaub ich, unbegrenzt. Okay. Du bist zumindest dann nie die Muni ausgegangen. Okay, guck mal, hier hinten liegt auch wieder Krempel. Den haben die liegen gelassen. Dann kann man dann aber, was ist denn das? Ein Revolver. Oh, den würde ich gerne mal nehmen. Oh, das macht 500 Schaden. Nee, nehme ich das. Wer schießt da? Weiß nicht. Ah, da hinten wird geschossen. Huch. Ah, die schmieden da. Aha, die Flitzer. Kannst du schleichen. Okay, Hun. Das heißt, den kannst du jetzt relativ easy... Oh, der ist schon platt. War da noch einer geschossen, oder? Ja, hier ist noch einer irgendwo. Ah, verdammt. Der ist auch noch einer. Kacke. Ah! Ich hab noch 20 Sekunden, nun. Schaffst du die? Und ich versuch's? Mach sie platt. Mach sie platt. Oh, die dumme Sau. Hetzel. Okay. Oh, warte mal. Hier ist jetzt noch einer. Ist noch einer hier? Ah, nee, du bist... Doch, da oben ist einer. Oh, 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 oh. Wie kann ich denn mein Leben? Mit H, wenn du Halt anpasst. Oh. Nee, okay, ich hab keins. Vorsicht, der ist hier irgendwo. Na, wo ist er, kleine Mäu? Tja, wo ist er? Ich hab keinen Heiltrank mehr. Mist. Da. Unten, wo, 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 wo die Hühner waren. Wo wir die Leute gekillt haben. Nein! Ja, siehst du? Hab ihn. Bombe. Brauchst du Heilung? Ja. Bei dir ist ein Heiltrank, dann nimm den mal. Und dann drück H. Ah. Brauchst du hier irgendwas? Äh, wenn du von dem Grünen nix brauchst. Maximale Splitter erreicht. Suche eine Schmiede auf. Ach, jetzt wird aber wieder gleich die... Oh. Okay, da kommt der Nebel. GG, danke schön. BW, Kirby. So, das sehen jetzt auch die Gegner. Okay. Na, ich versuche dich mal hier zu saven. Weil ich muss erst mal gucken, wie... Ich hab keine Ahnung. 42 Sekunden hoffentlich schaffen wir das mit der... mit den Zonenbegrenzungen. Ja, es wird ganz schön enger. Aber wir sind doch hier in diesem Kreis. Ja, keine Ahnung. Ich hab das da nicht. Irgendwie. Alles gut, ihr seid noch drinnen, sagt Gintronic. Okay. Okay, wir sind safe also. Oh, da kommt einer. Ja, ja. Da kommt einer. Da kommt einer. Hier sind epische Schienbeiner. Ein Schienbeiner. Okay, ja. Giftpistole. Oh. Oh, ich hab schon wieder alles voll. Mit Yushina ist man nie sicher, sagt Kirby. Was? Das stimmt doch gar nicht. Mit mir, äh... Superbonnie. Da läuft alles mit mir. Huch. Hast du auf mich geschossen? Nee. Nee, in der Ball hatte ich auf mich. Aber ich... Ach, da hinten. Warte, warte, den hole ich mir. Oh, nee, ist ein Svea. Lass dich da nicht... Renn da nicht rein. Oh nein, ich bin ein Huhn. Oh nein, ich bin tot. Ach, schee... Ja, nein, nein, nein. Ja, ey, kürz. Ich auch. Huhn. Tudum. Ach, schade. Ja, da war ich wieder zu gierig. Ja. Tudum, tudum. Renn um dein Leben. Renn. Renn mit deinem süßen Hühnerarsch. Oh. Platsch. Mit dem... Guck mal, 10. 10. Immerhin. Immerhin. Top 10. Top 10, ja. Ist schon cool. Ja, dann läuft das ja jetzt. Dann machen wir jetzt 9 und dann 8 und dann 7 und dann irgendwann 1. Genau. Der Trogma. Das ist der Plan. Genau. Der Trogma. Uh. Ah. Nice. Dankeschön. Sehr schön. Du brauchst auf jeden Fall dann auch ein Wu-Video oder so, ne? Hm. Wu. Boah, wie enthusiastisch. Wie überzeugend du gerade Wu gerufen. Wu. Wir können uns alle gar nicht... Ey. ... in den Spielen halten und nicht im Raum tanzen. Oh, jubi. Erfüllt voll von liefersichtener Freude. Was ist los? Müde? Nö. Nö. Wunder. Ähm. Ich bin wieder hier. Ja, schau. Wo bist du denn? Achso, du bist noch nicht drin. Nee, aber mir lebt's noch. Irgendwo. Ich weiß ja, wo du rauskommst. Echt? Ich bafel jetzt meinen Kommentar. Das kommt halt auch. Es gibt halt auch so Fähigkeiten und so, ne? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Hm. Ursprünglich auf F. Und ansonsten noch auf 3 und 4. Jetzt bin ich schon wieder so ein Boy. Ja, du kannst doch noch mit ihr wechseln. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden. Ja, aber ich kann ja trotzdem keine Frau spielen, oder? Kann ich das wechseln? Äh, nee, du kannst nicht zwischen männlich und weiblich. Achso. Ich kann so die Klassen wechseln. Und der Jäger ist halt weiblich. Ich weiß, wo du rauskommst. Guti, du sagst wieder, wenn, go. That's what she said. Ja. Ich würde sagen, wir springen irgendwie in der Unterquerung raus. Madame, ich hab da was Braunes gefunden. Und siehst du das kleine Örtchen da unten, rechts von uns? Also direkt unter uns? Ja. Dann jetzt raus. Gut. Und da rein. Setzt euch Marker. Äh. Dödödöm. Beim nächsten Mal, ja. So, aber zumindest hat's schon besser geklappt jetzt. Genau. Oh, Sprengschuss. Sprengschuss klingt gut. Revolver. Wollen wir jetzt nur zwei Tränke? Äh, das Gelbe ist Rüstung, das Grüne ist Health. Leuchtrakete, brauchst du ein Schwert? Da hast du eins. Oh. Oh. Na dann. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Da. Ich hab jetzt einen Marker gesetzt. Ein Marker. Marker, genau. Aber wir kommen ja nicht drauf. Ne, hier. Da sind ja die Wege markiert. Aha. Wer ist stark? Wer, der, der. Die Waffe? Oder wer ist stark? Ich bin stark. Ich bin stark. Nein, ich? Nein. Ich. Ja, sagt ja der. 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 Der Yoshi. Der. Du, die. Na gut. Ich, der, du, die. Das. Moment. Nimm du die. Du hast ja noch die eine Nahkampfwaffe. Oh nein. Ah. Nein, ich will die doch nicht nehmen. Ich will. Guck mal, ne? Ich drücke jetzt hier auf 2 und dann auf E. Das lernt irgendwie nicht. Wie kann ich das Schwert wegnehmen? Ähm. Du kannst dann auswählen. Eins oder zwei. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Also da steht zwar. Da drück mal und dann steht da drunter eins oder zwei. Oh. Top 50. E. Dann die Zahl. Genau. Ja, das macht er mir aber nicht. Dann nimmt die gleich auf. Also ich drücke E und dann kommt eins und zwei. Ja. Und dann die Zahl mit dem Schwert. Ah. Ne. Ne. Jetzt E und die Zahl mit dem Schwert. Mach ich ja, aber der macht das nicht. Ja. Ich drücke I und rechts klick auf die Waffe. Ich drücke I und rechts klick auf die Waffe. Ja, das ging. Alles klar. Dass es mir rechts klick ging. Okay, das schneiden wir raus. Einwandfrei. Genau, das schneiden wir raus. Oh, da ist jemand. Ah. 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 Das ist lächerlich gewesen. Lächerlich. Ist der tot? Ne. Oh, da oben ist ja auch noch einer. Ui, du lebst ja wieder. Ja, Gott sei Dank. Das war jetzt echt heavy. Also der kam unerwartet, der Boy. Ich habe keinen Heiltrank. Liegt da nur einer? Ja, guck mal, hier liegt unerinner. Ja, du brauchst ja auch, ne? Christina kackert rum. Achso, ich bin schon wieder voll. Dann baue ich mir mal eben schnell einen Heiltrank. Obwohl, es wird jetzt eng. Trotzdem Heiltrank. Ah, ne, mal drei sogar. Siehste, Fähigkeiten sind Gold wert, aber echt. Ja. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann ja hier rausgehen, solange, ne? Ja. Okay. 500 Schaden, mach ich kaputt, kaputt, kaputt. Oh. So, da sind meine Heiltränke. Schaffen wir noch was zu bauen, oder soll man mal in Richtung weitergehen? Oder wolltest du noch was bauen? Nö. Ja, dann lass uns mal irgendwie in Richtung Mitte weiterziehen. Ich finde da jetzt noch Charts und so liegen, aber... 35 sind wir. Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. Das hier ist alles weggegrast. Mhm. Ja. Oder kommt jemand? Oh! Oh nein, ich bin hier... Oh, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden. Ah, wir sind im Nebel, wir sind im Nebel, wir sind im Nebel, wir sind im Nebel. Vielleicht verreckt er jetzt auch noch. Steig aufs Pferd und reite rein. Oh, das wird enge, das wird enge, das wird enge, das wird... Ah, fuck it, wieso bin ich jetzt ein Huhn? Ah, okay, nee, ich bin tot wahrscheinlich. Schaffst du's? Renn einfach in Richtung Zone. Ich könnte es schaffen, ja. Nee, ich nee. Ich bin ein Huhn mittlerweile wieder. Ja, das schaffst du's. Ja, das schafft. Ja, ist nett. Pop, pop, pop. Ja, und tot. Tudum. Macht nix. Du reißt das noch. Ich... Na, ich glaube nicht. Allein bin ich so echt schlecht. Nein, ich glaube an dich. Das macht's nicht besser. Das macht's nicht besser. Ach so, ich bin immer noch voll. Scheiße. Ich denke, das ist eine Schmiede. Wir glauben an dich. No. Du bist immer überall präsent, so im Discord, im Chat. Alles gleichzeitig. Naja. Ich muss doch... Spam, ey. Ich spam gerne tatsächlich. Echt? Ja. Du bist das immer. Ja. Heimlich... Heimlich spam ich immer. Von Arbeit aus. Von Arbeit? Spam? So, jetzt muss ich aufpassen. Aber so an sich ist es eigentlich ganz cool. Ja. Oh, neun Sekunden. Scheiße. Oh Gott. Oh, jetzt muss es aber rennen, ey. Oh, das wird enger. Ja. Gib mir den Rotz jetzt. Oh, die Spannung steigt. Oh Gott. Und go. 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 Das hole ich doch nicht mehr ein, oder? Komm, Sigi. Ingebückte Haltung. Kriege ich das noch? Kriege ich das noch? Ich drück die Daumen. Ich drück alles, was ich hab. Oh Gott, ich fieber ja mit. Nein. Oh nein. Warum ist es wirklich abgeschrieben? Oh Gott, go, go, go. Komm, das kannst du vielleicht schon schaffen. Kannst du vielleicht... Das ist doch schon ein gewisser Zweifel an meinen Fähigkeiten. Das kannst du vielleicht nicht schaffen. Oh Gott, komm. Ne. Kleines Mühe noch. Keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Komm. Ah, fuck it. Ich ruhe mich nicht in Richtung. Ich ruhe mich rüber. Ich ruhe mich. Ah. Komm, das schaffst du vielleicht noch. Oh nee, da ist doch gleich schon so ein Penner. Ah. Oh. Flatsch. Unfair. Mist. Ah. Oh, guck mal, aber wieder Level 10. Äh, Platz 10. Level 10. Tränke nehmen sollen. Stimmt. Aber die brauchen ja auch so ein paar Sekunden zum Trinken, ne? Ich weiß nicht, ob das dann, äh, ob das nicht so schlecht ist dann. Okay. Naja, wenn du sagst, ich hätte die trinken sollen, dann weiß ich am nächsten Mal Bescheid. Aber trotzdem.